Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe in diesen ganzen Corona-Lockdowns 15 Kilo zugenommen, also mindestens, und es ist mir aber wurscht, es ist mir wirklich egal, weil ich bin jetzt Ende 30 und ich bin zu einer Erkenntnis gekommen, und diese Erkenntnis möchte ich gerne mit Ihnen teilen, die habe ich mir notiert. 15.6. Sich zu fett fühlen ist reine Zeit- und Energieverschwendung, Leute. Denn eines Tages wird der Tag kommen, an dem ihr noch viel fetter seid als jetzt, und ihr werdet es bereuen, euch damals zu fett gefunden zu haben, obwohl ihr noch gar nicht so richtig fett wart, so wie jetzt. Seht daher eure momentane Fettheit immer positiv als die schlanke Version eurer zukünftigen Fettheit.